So Leute, willkommen zurück zu Fire Emblem Awakening DLC Special. Oh yeah, im letzten Part. Es ist wieder eine Anna verreckt, beziehungsweise es sind zwei Annas verreckt. Und ja, mal gucken, ob wir das noch irgendwie weiter verhindern können. Ne, drei Annas sind sogar verreckt, oder? Oh Gott, es sind so wenig Annas übrig. Zwei sind doch da. Zwei. Und jetzt müssen wir irgendwie mal schauen, dass wir möglichst viele aus dem Weg geräumt kriegen. Ich denke mal, hier ist es das Cleverste, wenn ich... Ja, einfach eine Mal... Eine, die wir schon ein hatten, weg, Schnüppel. Yeah, do the worst, Olivia. Ja, okay, gut, du musst unbedingt treffen. Du musst unbedingt treffen, Maribel. Ist gar kein Ding, also musst du wirklich nicht, weil Oliver eh genug Schaden macht und mehr als genug zuschlägt. So. Ja. Wenn ich zweimal treffe, reicht das. Ich versuch's auch. Oh, er hat da noch Vergeltung, sehe ich gerade. Na, das macht's nicht besser. Das macht es nicht gerade besser. Für mich so ganz spontan, muss ich doch mal nebenbei anmerken. So, kann ich dich einfach umknüppeln? Ja. Der kann sich ja nicht mal wehren, aber der hat Moras. Das muss ich übrigens sein, vor allem, weil der mit Moras bestimmt auch die Annas angreift, sobald er die Gelegenheit dazu hat. Deswegen wollen wir den Typen ganz schnell mit unserer Häschen-Power aus dem Weg räumen. Was, warum er sie gerade gesagt hat? Ich hab's nicht genau verstanden. Ich hab's nicht genau verstanden. Entschuldigen, könnt ihr das bitte wiederholen? Ähm. Wahrscheinlich mach ich mit dem... Hab ich Lebenssauger drauf? Nee, hat er nicht. Der hat leider keinen Lebenssauger, aber das ist auch nicht so schlimm, weil ich gerade sehe... Genau. Dass ich hier mit einer 100% Irrwahrscheinlichkeit treffe und... Also, wenn ich hier noch ein bisschen stärkeren Windsauger gebe, dann reicht das für einen One-Hit. Also direkt 80 KP mit einem einzigen Schlag. Lissa, du bist way too strong. Aber das find ich gut. Find ich voll töfte. Hm. Ich würde ganz gerne mal... Wie viel Schaden würde der mir denn machen? 23. Und dann noch da die Hälfte von dem, was ich ihm abziehe. Schaden. Sagen wir mal 50, 25. Sagen wir mal, er zieht uns dann 48 ab. Uh, das würde nicht reichen. Wenn der erste Schlag trifft und der zweite nicht, meine ich. Und er dann zurückschicke. Ich greife einfach an. Wird schon schief gehen. Yay. Bam. Vielleicht trifft sie... Okay. Sorge unbegründet. Hab ich mich jetzt auch nicht verrechtet gerade? Ich glaube nicht. Aber ich müsste es überlebt haben. Eigentlich. So. Denk ich mal. Ganz stark. Was ist mit dir? Ich werde dich auch mal so angreifen. Lieber, damit ich mobiler bin gleich. Im nächsten Zug. Sonst müsste ich mir immer noch auf dem kleinen Stückchen Erde rumgammeln. Sehr schön. Und ein Level up. Yay. Oder auch nicht. Weil deine Überlegenheit immer noch bewiesen ist. Ja, ja, ja. Ach, I know, Maribel. Mach doch nicht so ein Fass auf. Das sieht man an. Der kann sich auch nicht wehren, auch weil er Vergeltung hat. Ist mir egal. Wenn ich greife zweimal an und vorher ist er kaputt. Bevor er mit seiner Vergeltung irgendwas erreichen kann. Sehr schön, Lissa. Good job. So, hätten wir das erledigt? Die kommen ja immer noch alle dran, ne? Also, die hier unten kann ich eigentlich getrost ignorieren. Deswegen schnetzele ich jetzt erstmal den hier. Hoffentlich. Kann ich mich vielleicht gleich irgendwie so hinstellen, dass die Einheiten rechts, die Fliegenden. Und nicht an die übrigen anders rankommen. Wahrscheinlich habe ich die Mission sowieso schon verloren. Also, das ist eigentlich Missionsziel. Die Frage ist halt nur, ob ich trotzdem noch irgendwas dafür kriege. Wir kommen jetzt schon nicht mehr dran an die obere. Das ist doch schon mal ganz schön. Und dann kann ich mir vielleicht so eine kleine Wand. Dann bilde ich so eine kleine Wand einfach. So, Elixier. So. Trinkt du auch nochmal was. Und du trinkst auch nochmal was. Wunderbar. Ja, genau. Dann habe ich jetzt nur noch... Ja, die kommen auch nicht dran, ne? Genau. So, aber natürlich kommen weitere Einheiten nach. Ob es jemals aufhört, Leute? Ich weiß es nicht. Ich schreibe das mal Severan hier. Was fällt dir eigentlich ein? Na gut, weil ich nicht zurückschlagen kann. Sogar mit Vergeltung. Das ist aber böse, was sie hier tut. Soul wäre mir lieber gewesen, meine Liebe. Wesentlich lieber. Mach nicht zu viel Schaden. Das sah schon besser aus, Idigo. That's mine! Irgendwie greifen die nie an, diese Gauner-Typen. Wahrscheinlich wollen die wirklich einfach nur schnell zu denen anders durchdringen. Und dann da ihren verheerenden Schaden anzurichten. War das so clever, mein lieber Untoter? War das so clever? Hat sich das gelohnt? Ich brauche fliegende Einheiten. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich glaube schon. Auch hier frage ich dich erneut. War das so gut? My Gratitude, genau. So, da kommt auch noch mal. Ah, okay, einer kommt auch dran. Na, das ist aber gut, dass sie sich jetzt quasi selbst wieder verderben stürzen. Das heißt, vielleicht kriege ich wirklich mal alle weg. Aber einer wird überleben, weil auf die rechte Seite komme ich leider nicht so einfach. So, ja gut, die kriegen natürlich nicht mehr Schaden. Nur jetzt kriege ich jetzt mal wieder Damage von dem wunderschönen Lava-Untergrund, den wir ja haben. Ich heile mich erst mal noch schön und gehele ich auch erst mal. Ah, so viele Passive-Effekte. So, und den komme ich leider nicht dran. Wobei, vielleicht, wenn ich den... Nein. Nein, 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 nein. Schade. Ich habe gerade überlegt, wenn ich den aus dem Weg räume... Wie weit kann sie denn laufen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ne, komme ich nicht dran, weil ich dann wieder wechseln müsste. Verdammt, ah, so knapp. So close. Na gut, da wollen wir erst mal wieder ein bisschen für Chaos sorgen. Oh, das ist... Gar nicht mal so viel, wie ich mir wünschen würde. Hm. Also der muss erst mal aus dem Weg geräumt werden. Das ist ja, denke ich mal, ganz offensichtlich. Ja, schaffst du schon mal, Rebell. Ne? Ich meine, Oliver greift wahrscheinlich sowieso mit an. Jawohl. Sehr schön. I'm a pressed button, why? Das hätte jetzt eigentlich noch gefehlt. Also dieses Button, why? Und dann hätte sie ein wunderschönes Reaction-Video gememt. So, du Gauner da oben. Kann ich vielleicht irgendetwas für dich tun? Wie zum Beispiel dein Leben auslöschen? Mit Severamon muss ja ein bisschen vorsichtig sein. Hm. Ja, wie das zum Beispiel. I'm so sorry. Wie man Rebell jetzt sagen würde an dieser Stelle. Aber das wäre so gelogen, weil ich bin nicht so sorry. Ich bin eher total pleased, dass das jetzt geklappt hat. Wunderbar. So, der ist weg vom Fenster. Ich darf mich wieder ein bisschen heilen. Wie viel sind denn das? Das sind doch gar nicht so viele Fünfe. Nur noch sind ja nur noch die hier. Und der da am Rand natürlich. Ah, so ärgerlich, dass ich da nicht rüberkomme. Fliegende Einheiten. Ähm, erwähnte ich bereits einmal, dass die mir ganz lieb wären. Und jetzt? Ja, nein, noch nicht? Oh, da habe ich es jetzt erwähnt. Hm. Na, warte mal. 70? Gehört der genau? 70? Tatsache. Na dann. Na dann werde ich sie mit Freuden ausnocken. Bäm. Aber eiskalt platt gemacht. Gut gemacht. Lissa. Flop. So, da kann ich nämlich jetzt hier schön zurücklatschen. Und mit Inigo nochmal das gleiche zu machen. Stay strong. Ja, natürlich. Das wird er doch. Generell eine ungewöhnliche Kombi. Alissa zusammen mit Inigo auf Reisen. Hm. So, du trinkst erstmal. Nein, nein, nein. Du greifst dich an. Du trinkst ein Elixir, meine liebe Severa. Ich sehe gerade, der muss auch aus dem Weg geräumt werden, ja. Der Gauner da oben. Hm. Wem dann am besten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, da kommt er auf keinen Fall dran. Das heißt, kann beruhigt mit Morgan den Typen in die ewigen Jagdgründe schicken. Das ist doch eine schöne Sache. Guck mal hier. La, 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 la. Und nochmal. Nein, nein, nicht nochmal. Aber jetzt nochmal. Bam. Ah, wunderbar. Vielleicht kriegen wir noch eine kleine Belohnung, dass wir immerhin zwei von fünf Anders gerettet haben. Immerhin, ne? Muss man ja auch mal anerkennen. So. Wollen wir den noch schnell kehlen? Ah, dieser eine Typ da rechts. Ich glaub es nicht. Und was auch immer er gesagt hat, ich stimme dem vollkommen zu. Sehr gut. Okay. Jetzt sind wir das erledigt. Ja. Das ist noch einer. Und der Typ, der steht da gerade rum und freut sich seines Lebens. Gucken wir mal, dass wir hier rüberkommen wenigstens noch. Also du gehst mal wieder auf deine Position. Ändert zwar nichts wirklich gerade an der Lage, aber... Na? Fühl ich mich wohl dabei. So. Und es kommen keine Einheiten mehr nach. Alles klar. Das heißt, mit anderen Worten, er hat gerade sein Schicksal besiegelt. Er nimmt noch das klein zu jubeln und erstmal von Severa zerstört zu werden. Na gut. Sie wird ihn nicht zerstören, aber sie macht immer ein bisschen Damage. Doch wenn der erste Schlag hat, ist schön daneben gehen. Aber ich merke schon, sie hat keinen Bock auf Spielereien. Das war voll zerhackt, aber nicht ganz. So, zwei Anders leben noch. Hm. Von fünf. Jetzt eher nicht so der gute Schnitt. Wo man fünf auch so schlecht halbieren kann, nicht wahr? Ich glaube einfach, weil... Damit wir mehr Genugtuung kriegen lassen, wir Chrom den... Den... Den Finalschlag machen soll als Anführer. So, Chrom... Moment. So, Chrom. Dann mach das mal. Mit der Kriegerlanze. Hast du irgendwas, was mir wehtut? Nö. Irgendwas, was mehr Schaden macht? Oder du hast die ganzen Brecher schon wieder, die mich auskontern. Voll gemein, aber ist egal. Ich treffe trotzdem. Verheerend. Mit der Lanze der Krieger. Ether. Ja genau, Chrom. Hier gar keine... Die Severa, keine großen Spielereien. Einfach drauf knüppeln. Knüppeln. Okay, gut gemacht, Chrom. Das ist deine Frau, das für dich gekillt hat. Hahaha. Deine Frau, sage ich schon. Quatsch. Das ist Chris' Frau. Verzeihung, ich wollte niemanden irgendwie durcheinander würfeln. Mein Herr, wir haben die Schlacht gewonnen. Wir wollten alle fünf anders retten. Doch wir haben versagt und das nackt an mir. Wir haben getan, was wir konnten. Wir müssen weiterziehen. Es gibt noch andere, die auf uns zählen. Hm. Okay. Wir müssen wirklich alle fünf retten, um... Das richtige Ende zu kriegen, quasi. Ja, was mache ich jetzt? Sind gerade mal zwölf Minuten um. Normalerweise würde ich sagen, ich zeige euch jetzt noch das alterliche Event. Das werde ich auf jeden Fall auch noch tun. Das kann ich aber leider nicht in diesem Part machen. Denn... Äh, dafür ist die Zeit gerade etwas zu knapp zum Hochladen, sage ich mal. Pass auf, wir fangen der gute Ruf an. Ich werde euch das Anna hoch fünf auf jeden Fall noch zeigen, was passiert, wenn man alle rettet. Wird aber nicht in diesem Part dann sein, sondern in einem anderen Part, logischerweise. Der gute Ruf spielen. Diese Karte spielen? Ja! Suche nach runterfahren Karten. Bitte schau das Gerät nicht aus. Andere Welten, der gute Ruf. Ich habe keine Ahnung, warum das hier geht, ehrlich gesagt. Was ist los, Lissa? Monster, riesig, eklige, hässlich, erstickte Worte, Monster! Ach! Verrottete Monster? Ein Angriff der Untoten? Nein, das war mit Sicherheit keine gewöhnlichen Untoten. Sie trugen Fesseln und hatten überall Pfeile stecken und... Und ihr Körper leuchtet blutrot. Sie waren grauenerregend und... Langsam, Lissa. Eins nach dem anderen. Wo genau hast du diese Kreatur gesehen? Wir in unserem Lager, in der Kaserne. Eine Horde stürzten herein und... Und klauten unsere Persona... Was? Unsere Personalisten? Unsere Personalliste! Personalisten! Ja, fast. Unsere Personalliste. Vergib mir, mein Herr. Ich hielt ein Nickerchen. Sie erwischten mich eiskalt. So kalt kann es nicht gewesen sein, wenn du schlafen konntest. Hm. Du hast sie also auch gesehen, Frederick? Wie geht es den anderen? Sind wir noch an Gefahr? Nein, mein Herr. Wir sind sicher. Momentan jedenfalls. Aber dies waren keine gewöhnlichen Zombies. Als sie sich zurückzogen, konnte ich einem einen Hieb versetzen. Das Geräusch, das er von sich gab, ließ mir fast das Blut gefrieren. Es hörte sich an wie... Ein Lachen. Das muss eine Art dunkle Magie sein. Jemand hat sich größer gemacht. Stärker. Also neue Untote, ja? Mir wird ganz anders, wenn ich daran denke... Was soll ich denn feiern, wo du unsere Liste willst? Moment mal. Ist das alles, was sie genommen haben? Keine... Eine Kiste? Eine Liste, mein Herr. Die Liste. Die Kiste? Und was ist drin? Dieser Kiste? Meine Güte. Nein, keine Kiste. Es handelt sich um unsere Personalliste. Wisst ihr, die Liste spricht dieses Heft, das in den Krößen mal liest. Oh, ähm, natürlich. Diese Liste. Ähm, ja. Vielleicht solltest du Lissa daran erinnern, warum uns diese Liste so wichtig ist. Genau, nur Lissa. Die Liste enthält Angaben über jeden einzelnen Soldaten unserer Armee. Name, Geburtstag zum Herkunft und, wenn ich so sagen darf... Es sind doch private, etwas peinliche Einträge dabei. Oh, oh, klar, verschiedene Körpermaß und sowas, ja, ja. Peinliche Einträge, was denn so zum Beispiel? Nun, über euch, mein Herr, steht da, dass ihr oft Gegenstände zerbrecht. Was? Wer sollte das wissen? Ich meine, wer sollte denn sowas schreiben? Ehrlich gesagt wissen wir es nicht. Nicht, weil Chris weiß, wie es funktioniert. Immer wenn ein neuer Rekrut kommt, erscheint irgendwie ein neuer Eintrag. Ach so, das ist eine magische Magie-Liste mit Magie und Zauberei. Dann muss dieses Schlimmbruch zerstört, äh, zurückgeholt und gesichert werden. Ja, genau das. Richtig, mein Herr. In unseren Händen ist es nützlich, aber in den Händen des Feindes? Wer weiß, zu welchem Frevel es anregen kann, es wäre ein Skandal, eine Schande. Da stimme ich dir zu. Mach die Truppen bereit, Frederick. Mal, oh Mann, jetzt warte aber mal einen Moment. Du willst also tatsächlich, dass wir gegen diese Dinger kämpfen? Entweder stellen wir sie, oder sie könnten uns ein Leben lang Schande bereiten. Aber... Ein Leben lang Schande, sage ich! Vielleicht ließt gerade jetzt ein Monster, das ihr euch immer beschwert, Herren. Wie ich? Alter, der Blick gerade. Sieht gerade ein bisschen aus wie ein Zombie. Aber ich... Das ist... Äh, äh. Wann können wir los? So schön war das dann auch wieder nicht. Sofort. Ich konnte die Kreatur ein bisschen die Ruin verfolgen. Waren, und dann kriegen wir sie. Dann hast du es keine Zeit mehr verlieren. Auf geht's! Ach, okay. Eine magische Liste, die es von selbst vervollständigt, mit ganz vielen privaten Details. Und... Oh. Mein. Gott. Oh, ja. Die sind nicht übel. Und es sind verdammt viele. Oh, Gott. Die Fähigkeiten. Wenn ich die Fähigkeiten sehe... Ähm. Ich möchte noch ganz kurz den Support hier... ...haben. So. Damit wir uns besser unterstützen können. Oh, je. Okay. Wen nehme ich denn da mit? Am besten wieder die ganzen Limit Breaker. Würde ich mal spontan sagen. Limit Break. Limit Break. Limit Break. Limit Break. Ist das noch Limit Break da unten? Ja. Maximum Plus meine ich natürlich. Maximum Plus. Ja. Yo. Sind die ganzen oberen, ne? Ja. Das müssen alle sein. So. Plus vier weitere... ...fliegende Einheiten. Brauche ich jetzt fliegende Einheiten? Wollen wir uns ja erstmal... ...die Lage angucken. Oh Gott. Nicht... Ich würde schon fast vermuten, dass sich das hier schon wieder selber aufbaut. Irgendwann mit der Zeit. Und da sind Kisten. Kisten. Dann nehme ich mal Gaius mit. Warum nicht? So. Hm. Wen noch? Das ist die Frage. Ich glaube, ich bleibe einfach altbewährt. Bei den beiden noch. Ich könnte Noe noch mitnehmen. Oder Chris. Hm. Hm. Oder Brady. Für Rettung und Pogative und so ein Kram. Ich hoffe, ich nehme Brady mit, so. Alles klar. Dann bleibt mal da oben. Ja. Wo steht der Rest? Der Rest steht hier. Ist okay, ja. Ein Heiler auf jeder Seite. Limit Breaker sind auch gut verteilt. Hier sind... Vier. Oh, hier sind ziemlich viele. Weil ich schicke dann noch welche rüber. Ich schicke noch welche rüber. Weil hier ist nur... Eins, zwei, drei, vier. Okay. Vier Limit Breaker sind hier rechts. Hm. Ich schicke trotzdem noch. Weil Severa muss zu Kiel. Denn die haben ja eine gute Support-Unterstützung. gegenseitig. Hm. Wie nehme ich rüber? Mh. Morgen. So. Alles klar. Dann wollen wir mal speichern. Num 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 num. Wunderbar. Und den Kampf beginnen. Was ist das für ein Ort? Hier filmet es von Untoten aller Art. Sieht ganz so aus. Die Diebe dachten sicherlich, wir würden sie in der Menge verlieren. Sie sind alle ebenso dumm wie hässlich. Diese doppelt so groß wie der Rest. Oh Gott, oh Gott. Schaut nur. Ich sehe einen. Zwei. Drei. Ach, die sind gemeint. Und das sind jetzt besonders coole, oder... Ob die auch andere Kampfgrafiken haben? Würde ich mir gerne mal angucken. Fünf. Und sind das alle? Das kann nicht stimmen. Wieso nicht? Als die Dünste stahlen, haben sie sieben gezählt. Da bin ich mir sicher. Und da sind sie in alle Ruinen gerannt. Ob sie welche davon gestohlen haben? Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Wollen wir uns erst einmal auf die konzentrieren, die wir sehen? Wie erwünscht, mein Herr. Einen dieser Mutanten muss diese Dünste schließlich noch haben. Aber die anderen, die könnten unsere Geheimnisse schon kennen. Zombies lieben, Tratsch. Das sagt mein Barbier jedenfalls. Ja. Genau das, Frederick. Wir sollten sie auf alle Fälle vernichten. Unsere Würde steht auf dem Spiel. Besiege alle Feinde, ohne einen in die Familie kommen zu lassen, um das Beste wirklich zu zielen. Oh. I see. So, haben die jetzt noch besondere Ingame-Grafiken? Würde ich mir nochmal... Wo stehen die denn? Da oben steht gerade einer, sehe ich. Aber hier steht auch einer. So, siehst du auch anders aus? Oh, ja. Ja, die sehen definitiv anders aus. Wirklich sehr viel größer. Ja. Scary. Aber Hauptsache mit Bauchmuskeln. Ja, ja. Ii, ii, ii. Irgendwas erinnert mich das. Okay. Definitiv krassere. Wobei, eigentlich nicht so wirklich. Es sind gerade die Werte von denen nicht so gut. Nicht so wirklich. Aber die haben ja gerne mal Talion. Aber Vergeltung, ne? Das ist auch nicht so das Beste. Egal. Also das Beste für uns Leute. Ich würde aber sagen, das war erst einmal Fire Emblem Awakening DLC Special für heute. Im nächsten Part. Der gute Ruf wird wieder hergestellt. Diese Mission werden wir dann machen. Und hoffentlich auch erfolgreich beenden. Und wie gesagt, aller hoch fünf, das gute Ergebnis werde ich euch selbstverständlich noch nachliefern. Aber das war es erst mal für heute mit Fire Emblem Awakening DLC Special. Bis dahin. Ciao.